Bohrlöcher nerven. Um sie zu füllen, laufen viele Leute in den Baumarkt und holen Spachtelmasse. Gehen Sie stattdessen doch einfach mal ins Badezimmer. Dort finden Sie Zahnpasta. Die füllt das Loch genauso gut aus, riecht angenehm und ist nach etwa einer Stunde schon trocken. Und wenn nötig, können Sie das Ganze dann mit dem Pinsel übermalen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017